Im heutigen Video teste ich von DM Sportness den Haferriegel in der Geschmacksrichtung Schoko-Haselnuss. Der Riegel besteht zu 32% aus Vollkornhaferflocken sowie Kakaomasse, Haselnüsse und weitere Zutaten. Er duftet sehr gut nach Vollmilchschokolade und hat auch zur Hälfte einen Überzug aus Schokolade bekommen. Die Konsistenz ist sehr weich, fallweise merkt man die leicht knackigen Haselnussstückchen. Der Schokoladengeschmack ist hier sehr angenehm. Es ist nicht zu süß und ich finde diese saftige bzw. weiche Konsistenz richtig gut. Von dem Haselnussanteil habe ich persönlich so gut wie gar nichts drauf schmecken können. Da hätte es vom Namen her durchaus intensiver nach Haselnuss schmecken können. Aber ich denke, wer gerne schokoladige Haferriegel mag, wird hier auf jeden Fall auf seine Geschmackskosten kommen.